Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Game. Wir schauen uns heute Glimpse an. Das lässt sich so übersetzen mit flüchtiger Blick und das trifft es auch sehr gut, um das es hier in dem Spiel geht. Es ist ein Horror-Game, aber auch mit dramatischen Elementen, denn es geht um einen alten Mann, der mit seiner Alzheimer-Erkrankung zu kämpfen hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es gemacht ist und ohne lang zu reden, würde ich sagen, Kamera mache ich weg und wir starten ein neues Spiel. Los geht's. Wir stehen auf. Kann ich mich schon bewegen? Nein, noch nicht. Ich glaube jetzt. Hallo? Wir sind mitten am Tag, so wie es scheint, aber die Vorhänge sind zugezogen. Okay. Es sieht gerade nach Abend aus, zu späten Nachmittag, könnte aber auch morgen sein. Das Licht brennt auf jeden Fall schon. Hier haben wir den Flur, den wir gerade auch schon gesehen haben. Kann ich... Ich kann mich sogar selten entspielen, dass man... dass ein Spiegel funktioniert. Kann ich mich auch angucken? Ich kann mich auch angucken. Das bin ich. Ein bisschen pixelig, nicht so schlimm. Ich glaube, gerade bei Indie-Games kann man... Kann man da ein bisschen drauf verzichten, dass es unbedingt so ultra-realistische Grafik haben muss. Weil davon abgesehen, sieht das ja trotzdem relativ gut aus. Ähm, Katie? Wach auf! Ist doch morgen. Ähm, du bist spät dran zur Schule. Schon wieder. Ich mach dir inzwischen Frühstück. Okay, Dad. Kannst du mir bitte einen Kaffee und Toast machen? Äh, äh, äh. I'm treating myself. Ja, ja. Okay, mach dich mal fertig. Das ist ja gar nicht so alt, wenn unsere Tochter noch zur Schule geht. Aber ich glaube, bei Alzheimer gibt es auch keine Grenze. Das kann schon relativ früh teilweise anfangen. Was die Krankheit umso schlimmer macht. Ich glaube, das Schlimme an Alzheimer ist auch... ...gar nicht das, was die Betroffenen erleben, ...als vielmehr das, was die Angehörigen erleben. Ich denke, ich stelle mir das schlimmer für die Angehörigen vor. Weil man selbst kriegt es ja gar nicht mit, dass man das vergisst. Aber all um einen herum. So, wir haben Brot. Also, sie wollte ja Toast statt Brot. Kann ich die Butter nehmen? Milch? Milch? Kaffee kann ich bestimmt machen. Kaffee. Okay, und zwar habe ich Toast. Das kann ich mal anmachen. Nüsse. Kann ich... Okay, ich kann doch Brot nehmen und das diesmal toasten. Okay, muss ich nur eins nehmen? Noch eins vielleicht? Zwei? Und anschalten? Ich finde das cool in Games, wenn man so mit kleinen Objekten auch interagieren kann. So, ich denke, die Butterbrot brauchen wir doch nicht. Warum kann ich den Kühlschrank dann aufmachen? Brauche ich wirklich nichts? Aber die muss doch irgendwas drauf machen. Na gut. Ähm, eine Tasse vielleicht für den Kaffee. Das sind nur Schüsseln. Die kann ich aber auch gar nicht aufmachen. Ich kann die auch nichts aufmachen. Na gut, dann... Dann sagt man ihr mal, es ist fertig. Toast ist... Also Brot wird getoastet. Oh! Äh, guten Morgen! Danke fürs Aufwachen! Ähm, I wish I'm making breakfast myself. Okay, sie wird alleine frühstücken. Ähm... We are still at home. Ähm, auf dem Weg. Warum bist du... Warum bist du noch zu Hause? Oh! Going to at work. I'll go later. Okay, also wir können zur Arbeit gehen. Your phone is running. Unseres? Oh ja, äh, ich muss es finden. Danke. Dann frühstücke mal schön und... Weh, du kommst zu spät zur Schule. Also pass auf dich auf. Nimm dann alles mit. Mach dann noch ein Pausenbrot. Und, äh, wir gehen zur Arbeit. Nachdem wir das Telefon gefunden haben. Was ist das oben? Das ist in unserem Schlafzimmer bestimmt. Da, neben dem Bett. Ich werde mal die Vorhänge vielleicht aufziehen. Ähm, Doktor. Doktor Termin. Um 10. Ach so, um 10, aber es ist so 8 Uhr. Okay, danke. Kann ich das nicht mitnehmen? Nein? Okay, wir müssen heute zum Doktor gehen. Dann machen wir das mal. Wir sind ja soweit fertig. Ich weiß nicht, ob wir noch duschen gehen wollen vielleicht. Nein? Nein? Okay. Angezogen sind wir. Wir brauchen kein Frühstück. Wir holen uns unterwegs irgendwas. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Gucken nochmal kurz nach unserer Tochter. Aber die ist schon weg anscheinend. Oh. Oh. Sie ist, sie ist weg. Ob ich habe die Tür nicht gehört? Das ist komisch. Na gut. Zeit zu gehen. Sie haben gar keinen Kaffee getrunken. Und das, das Toast? Toast ist aber weg. Das getoastete Brot. Na gut, dann gehen wir mal. Perkka vielleicht noch anziehen? Nein? Ist warm draußen? Sommer? Äh. 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 Wie cool ist der Übergang gemacht? Hallo Daniel. Ich hoffe, ich verdecke keinen Text. Aber ich glaube nicht. Ähm. Komm. Setz dich. Hallo Herr Doktor. Hier bin ich. Sie wollten mich sprechen. Schön Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Gut, gut, gut. Und wie geht es Ihnen? Gut. So, Daniel. Ähm. Der Grund, warum Sie mich heute besuchen. Äh. Wir müssen über die Testresultate sprechen. Von der Erinnerungen. Also von den Erinnerungen. Die wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal so einige, ähm, ähm, ne? Labore, Labore angefordert. Laborberichte wahrscheinlich. Okay, und der Grund, warum wir, warum wir diese Labortests gemacht haben, ist, um sicher zu gehen, dass sie nicht das haben, was denn, ähm, ach so, dass sie, dass sie keine Vitaminprobleme haben oder, oder andere Probleme. So, Vitamindefizite. Und so haben wir einige Bilder von ihrem, von dem Gewebe in ihrem Gehirn gemacht, um sicherzustellen, dass sie nicht irgendwelche Verletzungen haben oder andere Probleme. Und wir haben, ähm, da war ein bisschen Schwund da, aber nicht mehr, als wir, als wir akzeptieren würden. Für irgendjemanden ihres Alters, okay. So. Die Labortests waren normal. Die, die Gehirnscans waren auch normal. Die anderen Dinge, die wir gemacht haben, sind einige Erinnerungstests mit ihnen. Und, äh, bei diesen Tests hast du ein bisschen gestruggelt. Ähm, du hast da ein paar Erinnerungsprobleme, mehr als wir erwarten würden. Für, für jemanden in deinem Alter. Für deine Gesundheit oder für jemanden in deinem Alter. Und zwischen damals und nun, äh, spende ich viel, viel Zeit, um durch deine, deine, äh, medizinischen Akten zu gucken. Um zu gucken, was wir noch, was wir noch tun könnten, welche anderen Dinge wir noch tun könnten, um deine Erinnerungsprobleme zu erklären. Und was wir am Ende machen, ist, einen Blick auf alles zu werfen. Und es, ähm, das Endresultat ist, dass deine Erinnerungsverluste aussieht wie, äh, wie die Alzheimer-Erkrankung. Das ist mies. Ähm, wo, warte mal, wo sind wir jetzt? Find a way back home. Finde einen Weg zurück nach Hause. Press shift to run. Achso, weil wir sozusagen auch langsam vergessen, wo wir wohnen. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Symbolbild, ähm, wo wir symbolisch dafür stehen, dass man, wenn man nicht mehr weiß, wo man wohnt, das ist eigentlich wie ein Labyrinth ist. Wenn man die ganze Zeit nur verwirrt durch die Gegend rennt und eigentlich gar nicht weiß, wo man, wo man hin muss. Und Erinnerungen langsam ausgelöscht werden. Aber ich höre ein Telefon klingeln. Ich höre ein Telefon klingeln nachgehen. Hier. Was, was war das? Lass wir den Schlüssel nehmen. I'm getting married. Pick up the phone, Dad, wo bist du? Unsere Tochter. Nochmal langsam sorgen. Nimm das Telefon ab, Dad, wo bist du? Das wissen wir leider selbst gerade nicht. Aber wir haben den Schlüssel. Ähm, so lang, so lang das schwarze Ding nicht kommt. Oh Gott, oh Gott, das, das wackelt jetzt auch noch so. Aber das ist, das ist wirklich cool gemacht. Auch wenn es eine schlimme Thematik ist. Mann, da hinten steht jemand. Hallo? Ich gehe da einfach jetzt mal drauf zu. Und da war es weg. Ist auch wieder was ausgelöscht. Hallo? Kann uns jemand helfen vielleicht? da ist, war auch was? Wird auch immer dunkler, habe ich das Gefühl. Können wir jetzt mal irgendwie zum Licht? Oh Gott! Äh, ja. Okay, da kam die Dunkelheit. Ich glaube, der hat uns eingehüllt. Okay, weg, 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 weg. Okay, sie ist direkt hinter uns. Ich glaube, wir sollten, wir sollten, wir sollten die wirklich abhängen. Nein! Ich sehe nichts mehr. Geh weg! Nein! Da ist, da ist, Schlüssel, Schlüssel. Oh Gott. Was war das? Äh, aber wir haben es geschafft. Swidi, ich bin zu Hause. Ähm, schläfst du schon? Ich hoffe, sie ist sicher. Irgendwie haben wir es, irgendwie haben wir es wieder zurück geschafft. Wir gucken erst mal nach ihr. Da ist keiner mehr, was? Wo ist sie? Ich, ich muss sie finden. Ich glaube, ich glaube, was sie ist, sie ist nicht mehr, also sie ist nur unsere Tochter, aber sie ist nicht mehr jung. Ich glaube, wir haben es einfach nur vergessen, dass sie vielleicht schon längst ausgezogen ist und wir alleine wohnen. Nach oben komme ich gerade nicht. Die Targets sind hier auch einfach so dran vorbei. Oh Gott, was ist, was geht, was geht hier ab? Wir haben uns am Anfang ganz jung gesehen und jetzt sehen wir uns ganz alt. Das ist, warum ich mich gewundert habe, dass wir in jungen Jahren schon, schon so schlimm Alzheimer wohl kriegen. Aber das erklärt es natürlich, wir haben komplett vergessen, dass wir alt sind. Mutter, hey Danny, ich bin's, komm, lass uns nach Hause gehen. Da ist es sicher. Ist das jetzt unsere Mutter? Wenn wir jetzt, ich kann mich auch gar nicht mehr richtig drehen, so relativ langsam. Ich geh mal hier raus, das mir gerne mal kurz angucken. Das ist trotzdem, ich muss, ich muss sagen, mir gefällt, mir gefällt die Atmosphäre wirklich sehr. Das Thema ist schrecklich, keine Frage, aber die Atmosphäre ist wirklich gut gemacht. Na gut, nach oben können wir immer noch nicht. Dann gehen wir mal raus. Äh, nee, nee, wir gehen vielleicht nicht raus. Wo sind wir denn jetzt? Im Meer der Erinnerungen. Oder an dem Meer des Vergessens. Okay, wir schwimmen. Ich kann nicht rennen. Ich versuche einfach mal nach Hause zu kommen. Dann ganz schön ist auf jeden Fall weg. Hallo, hallo? Wie konntest du vergessen? Wie konntest du mich vergessen? You already died. Oh Gott. Es tut mir leid, es ist ja nicht so, dass ich das absichtlich mache. Oder generell, dass das Alzheimererkrank ja absichtlich macht. Hey, Danny. Oh, arme Seele. Du musst, du musst erschrocken und konfus sein. So müde. Da, da. du hast einen wirklich schlechten Traum. Lass mich, lass mich nach dir sehen. Ah, schau. Mein, mein kleiner Junge ist so groß geworden und so alt. So wie ich damals. Bevor, aber nun bin ich hier. Mit dir. So, sei nicht mehr verängstigt. Nimm meine Hand. Komm mit. Komm mit. Wohin? Mit in die nächste Welt. Ich weiß nicht, kann ich aufstehen? Das sieht auf jeden Fall nicht mehr nach unserem Schlafzimmer aus. Ah. Wenn I rent here, also, warum bin ich hier? What's happened to them? Don't worry about them, Dad. Sei nicht, sei nicht traurig, was, über das, was passiert, Dad. Ich weiß auch gerade nicht, wer das sagt. Wie geht's dir denn? Oder was machst du denn? Brauchst du irgendwas? Ich bin, wo ist Mom? Dad. Ich hab's dir schon gesagt. Sie ist weg. Nein, 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 du verstehst nicht. Sie war hier, ich hab sie gehört. Hör zu. Ich weiß nicht, wie oft ich das nur sagen soll. Sie ist vor 15 Jahren gegangen. So, sie kann nicht mehr hier sein. Das ist alles in deinem, deinem Kopf. Okay. Nein, meine Mom? Ja. Ich kann das nicht mehr. Sie ist nicht hier. Ja, deswegen meine ich, für die Angehörigen das, glaube ich, schlimmer als für diejenigen, die das, die die Krankheit haben. Es tut mir leid und ich, man hofft wirklich, dass, dass man irgendwann noch ein Mittel findet, dass, um diese Krankheit, sozusagen, entgegenzuwirken. Man würde es sich wünschen. Jetzt ist sie auch weg. Ich glaube auch nicht, dass sie noch wiederkommt. Sie sind bestimmt in so einem, in so einem Ort, meine ich, Pflegeheim. Das sieht mir so ein bisschen aus, ein kleines Zimmer. Kommode und ein Bett. Ja, da ist sie wieder. Hey. Sorry, dass ich, dass ich die, die Geduld verloren habe. Ich musste eine Menge arbeiten und, ähm, hast du, hast du noch mal Mom gesehen? Nee. Ja. War eine Weile. Wirklich? Oh. Oh Gott. Ich habe mich daran erinnert, dass wir in einem wirklichen Restaurant waren. Ähm. Wir können im Park spazieren gehen. Wie zu gehen? Oh, oh ja. Klingt gut. Okay, dann zieh dich an. Du bist eine sehr hübsche, junge Frau. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Ja. Ja. Das sind sie. Klims. Flüchtiger Blick. Ach man. Ach man. Nicht schön. Nicht schöne Thematik. Aber dafür ein gut gemachtes Game. Muss man schon sagen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid nicht so deprimiert und das habe ich trotzdem gespeilt. Vielen Dank fürs Filmen. Vielen Dank, dass wir spielen durften. Wie immer. Und na gut. Wir drücken wir drücken Escape zum Ende. Wie gesagt, ich habe es heute gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann findet ihr hier drüben, da drüben einiges noch zum gucken. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und liken. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.